Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Mein Name ist mein Master. Heute bin ich mal leider allein unterwegs, aber na gut, das erinnert mich nicht daran, heute eine Runde Murder Mystery zu spielen und zwar finde ich jetzt in letzter Zeit mega cool Murder Mystery und er war richtig Bomber und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Okay, also wenn wir mal ganz gut durch den Chat gucken, sehen wir, dass ich 5% Mörder bin und 6% Detective. Wir sehen, was da am Ende rauskommt. Und ich bin... Oh Gott, das war richtig knapp. Ohoha. Danke, ich habe jetzt übrigens mal wieder ein Video und in letzter Zeit hatte ich nicht so viel Zeit, was zu schneiden. Da dachte ich mir, mache ich jetzt mal lieber was anderes, sage ich mal. Jetzt im Moment ein bisschen Schiss, dass der Mörder hier ist, weil ich will eigentlich nicht direkt am Anfang rausfliegen. Oh Gott. Detektiv! Detektiv ist down. Ich bin richtig knapp. Okay, 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 okay. Komm mal, Detektiv! Jo, das war der Save. Der hat Save den Detektiv getötet. Nein, da war der Mörder! Wer war der Mörder? Wer war der Mörder? Der war der Mörder. Save ist der, der Mörder. Warte, das muss ich mir jetzt einmal ganz kurz noch angucken, damit ich einen Beweis habe, dass der der Mörder ist. Ja, das ist der Mörder. Okay, alles klar, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wieder 5% Mörder, für diesmal 50-50, 5% Mörder, 5% Detektiv. Bin ich mal gespannt, was da im Endeffekt für ein Ergebnis rauskommt. Das werden wir gleich sehen. Entschuldig. Supi. Oh ne, oh ne, ich spüre gerade. Hinter mir ist der Mörder, spüre ich. Nein, ach so, ich bin noch... Ah, der Mörder hatte ja noch gar nicht so ein Schwert. Das war ja so unschlau. Nein! 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 Och Mann! Jetzt haben wir wieder 50-50 Chance. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich bin mal Detective. Nein, ich bin unschuldig. Weil ich mag eigentlich beides. Mehr mag ich Mörder. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Team seid ihr mehr? Seid ihr mehr so Team Detective oder mehr so Team Mörder? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. So, wir haben bisher 4 Gold. Hier kriegt man... What? What? Okay, hier. Hier, hier. Nein, nein. Ich bin wirklich gut. Der Bogen wurde aufgesammelt. Oh Gott! Leute, da ist der Mörder! Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Der Mörder saft direkt hinter mir. Wo ist der Mörder? Wo ist der freaking Mörder? Da ist der! Oh Gott! Nein, nein, nein! Ich war sehr... Nein, nein. Nein. Hier, da. Oh Gott! Oh Gott. Alter. Irgendwo ist der Mörder. Ich bin weg! Das ist so ein Panda! Yes! Oh Gott! Also diese Runde war... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hau ich erstmal ein fettes GG raus. Ich bin uns schuldig. Wow! Einfach ein wow! Ich bin gespannt, wer der Mörder ist. Aber die sehen alle so lieb aus. Okay, bis auf Dender, den find ich ein bisschen gruselig. Und Lord Texas könnte schon was rausholen. Aber ansonsten... Aber wir wissen ja alle immer... Es sind immer die, die am liebesten aussehen. Ah, hier ist der Detective. Hallo Detective. Jo, was zielst du denn auf mich? Sag mal, bist du doch ganz sauber! Ah, der zielt auf mich. Der ist nicht mehr ganz sauber. Ernsthaft nicht. Guck doch. Der zielt da einfach rein. Oh. Hallo. Oh Gott! Junge! Sag mal, geht's dir doch gut! Alter! Jo, der ist nicht mehr sauber im Kopf. Wurde der Detective getötet. Der wurde hier ganz in der Nähe getötet. Ihr wollt mich in die Pfanne hauen, ne? Sag bloß, du bist der Mörder. Ey, hier irgendwo ist der Mörder. Oh Gott! Hilfe! Ist ja gruselig. Bogen wurde fallen gelassen. Oh, hier in der Nähe. So, dann bin ich erstmal unsichtbar. Ey, irgendwo muss der doch hier sein. Du bist der Mörder. Hier ist nicht der Mörder. Bogen wurde fallen gelassen. Da, 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 da. Da muss er irgendwo fallen gelassen sein. Scheinmal. Dieser Panda! Oder, ne, diesmal ist kein Panda. Aber den muss ich holen. Sehr guter Fuchs. Oh! Oh, den haben wir geholt, Alter! Mein Aim, Leute! Mein Aim ist heute wieder am Start hier, Alter! Boom, boom, Junge, hier! Nochmal. Fett, da steht's. Hält mein Master YouTube-Alar. Okay, meine Freunde, das war es jetzt mit diesem Video. Ich musste es leider kurzzeitig beenden, da ich gemerkt habe, dass es am Ende in mein Steinbild kam und das wäre doof für euch gewesen. Und ich würde jetzt sagen, lasst gerne mal ein Abo auf meinem Kanal da die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und natürlich ein Like unter diesem Video da lassen, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich mega freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz schönen Abend. Euer Mein Master M. Bis dann. Ciao. Ciao.